Hallo, ich bin Sauradi Dernbach, ich bin 19 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und ich bin heute hier, weil ich hoffe, viel zu lernen von den vielen Menschen, die hier was über Demokratie und verschiedene Facetten und Aspekte der Demokratie zu erzählen haben. Für mich ist die Demokratie was ganz Besonderes, denn ich bin offensichtlich eine schwarze Frau, sprich, das Frauenwahlrecht wurde 1919 das erste Mal in Deutschland eingeführt und erst 1965 durften schwarze Menschen in den USA wählen. Für mich ist die Demokratie ein Prinzip, in dem jeder was frei und offen in der Gesellschaft beitragen kann und mitbestimmen kann. Für mich ist die Demokratie, also was ganz Wichtiges, was ganz Besonderes, was geschützt werden muss. Und meiner Ansicht nach war die Demokratie schon immer irgendwie gefährdet, wird sie auch meines Erachtens immer sein. Aber ich denke, jetzt besonders besteht eine größere Gefahr für die Demokratie, aufgrund von Desinteresse, dass Leute nicht wählen wollen oder auch Leute, die das Regime nicht so unterstützen, wie es ist. Darum finde ich, kann man die Demokratie am besten schützen, indem man wählen geht und sich gut informiert. Das ist das Zentrale. Wir haben zwar ganz viele Veranstaltungen, zum Teil sind es auch Vorträge, zum Teil sind es Workshops, zum Teil Podiumsdiskussionen. Aber das Zentrale ist uns der Austausch der einzelnen Menschen, der einzelnen Bürgerbekommen, die hierher kommen. Deswegen gibt es ganz viele informelle Möglichkeiten, um miteinander ans Gespräch zu machen. Was bedeutet die Demokratie für Sie? Demokratie ist für mich tatsächlich diese immer wieder auch schwierig zu verantworten, denn gerade immer wieder dieser Herausforderung, wie schaffen wir es, einen Modus zu finden, eine Regel zu finden, wo wir alle einigermaßen gut zusammenleben können. Ich bin Noah Rauchenenga, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe derzeit aus Mariabat Gymnasium in München und für mich persönlich ist es wichtig, seine Meinungsfreiheit äußern zu können. Ich mache bei YouthBridge mit, bin ein Mitglied seit Anfang des Jahres glaube ich, seit Anfang 2000, also letztes Jahr und wir haben verschiedene Gruppen und ich mache in der sozialen Gruppe. Ich bin Lotte Meier, ich bin 14 Jahre alt und ich bin ein Teil des YouthBridge Teams. Und wir sind hier heute bei der langen Nacht der Demokratie dabei, weil wir den Abend dokumentieren und weil uns die Demokratie auch wichtig ist und wir sie fördern wollen. Also Demokratie so an sich bedeutet für mich, dass man als Teil der Gemeinschaft gleichberechtigt ist, dass man so sein darf, wie man halt selbst seine Persönlichkeit sieht und dass man auch jeden akzeptiert, der hier ist. die Demokratie, ich sehe sie zum Teil schon in Gefahr, da es momentan großen Aufruhr gibt. Zum einen will ich den Rassismus oder auch jetzt in Chemnitz die Ausschreitungen nehmen. Also es ist Fremdenfeindlichkeit sehr stark vorhanden und man muss die Leute auch aufnehmen in Deutschland und deswegen denke ich, ist dies ein Problem geworden. Ich bin der Georgi, ich bin 18 Jahre alt und ich bin bei YouthBridge. Heute bei der langen Nacht der Demokratie bin ich beim Filmteam dabei und meine Hoffnung ist, dass dieser Film so ein bisschen die Vorteile der Demokratie aufzeigt und wir dadurch mehr Menschen dazu anregen, für die Demokratie zu stimmen und so weiter. Der Begriff Demokratie an sich beinhaltet für mich die Freiheiten, die jeder Mensch besitzt und die Freiheiten, durch die jeder Mensch zur Selbstfindung kommt. Denn nur mit Selbstfindung gibt es Individuen und eine Gesellschaft mit Individuen ist die interessanteste. Zu der Frage, ob die Demokratie gefährdet ist, würde ich sagen, es könnte schon sein. Ja, weil es gibt leider viele Menschen, die diese Vorurteile, die Vorteile nicht so wahrnehmen und sich einen leichteren Weg suchen und um dies zu bessern, um die Demokratie zu stärken, kann man zum Beispiel so einen Film drehen, wie wir es heute tun, um den Leuten die Vorteile der Demokratie aufzuzeigen. Ich bin Arsenio Pavlenko und ich bin heute hier mit YouthBridge, um herauszufinden, was für eine Rolle Demokratie heute spielt und ich finde Demokratie ist wichtig, weil es uns eine Freiheit gibt und es uns hilft, uns daran mitzubeteiligen, wie unser Land regiert wird und ich finde, es soll auch weiterhin so bleiben. Meiner Meinung nach ist Demokratie nicht in Gefahr, aber ich bin auch heute hier und herauszufinden, ob das auch wirklich stimmt. Für mich persönlich bedeutet Demokratie Freiheit und die Mitbeteiligung an der Regierung unseres Landes. Ich bin der Jeffrey Golden, ich habe gerade mein Abi gemacht und arbeite jetzt im Apple Store. Und ich bin hier bei der langen Nacht der Demokratie, da ich mich inspirieren will und auch generell mehr von Politik erfahren will, da ich in meinem Umfeld nicht so sehr dazu komme, mich über Politik auszutauschen mit meinen Eltern. Dann kommt es quasi nur seltener vor, aber mit meinen Freunden häufiger und deswegen erwarte ich mir von dem Abend, dass ich das eben auch noch mit anderen, fremden Leuten machen kann. Demokratie bedeutet für mich Meinungsfreiheit. Als erstes dann auch, dass jeder die gleichen Chancen, gleiche Rechte und gleiche Pflichten hat, in einem Staat zu leben. Und ja, generell eben der Pluralismus ist sehr entscheidend. Ich würde sagen, die Demokratie ist nicht in Gefahr, weil jeder eben seine Meinung so ausüben kann, wie er will. Und es eben dadurch so breite Spektren gibt, wie jeder eben quasi seine Sachen umsetzen kann. Aber man könnte auch sagen, die Demokratie ist in Gefahr, weil quasi die Demokratie nur das umsetzen, was die Märkte verlangen. Aber ich aus meiner Meinung würde sagen, sie ist nicht in Gefahr. Hallo, wir haben heute den weltweiten Tag der Demokratie. Und passend zum Anlass findet heute hier in München und bayernweit die lange Nacht der Demokratie statt. Wir sind hier mit dem Veranstalter, Herr Dr. Böser-Schnäbel. Wie wollen wir eigentlich zusammen leben? Und das ist es auch, was wir in unserer Demokratie brauchen. Das heißt, meine Wunschvorstellung ist, dass heute Abend die Menschen an der Demokratie, mit der Demokratie reifen und damit auch unsere Demokratie reifen und sich weiterentwickeln kann. Denken Sie, dass diese Veranstaltung dazu beitragen kann, dass vor allem auch junge Leute mehr dazu motiviert sind, zum Beispiel wählen zu gehen oder Teil einer politischen Partei zu werden? Ich glaube schon. Letztlich geht es darum, dass man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, was ist das hier eigentlich, unsere Gesellschaft, unsere Demokratie, was ist das Politik. Demokratie ist eine tolle Einrichtung, finde ich, dass wir einfach mitbestimmen können. Und mit wir meine ich jeden einzelnen Menschen, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Klasse, dass einfach das gesamte Volk die Möglichkeit hat, was zu verändern. Und zwar tatsächlich was zu verändern. Ich habe Texte, die um das Thema Demokratie kreisen oder die um die deutsche Politik an sich kreisen. Ich rede sehr viel natürlich über Bayern, weil es meine Heimat ist. Da wollte ich nochmal wissen, wie wichtig ist Demokratie für Sie persönlich? Es gibt für mich keine andere Form des Zusammenlebens in einer Gesellschaft. Glauben Sie, die Demokratie ist in Gefahr? Die Demokratie ist ein sehr zartes Pflänzchen. Sie ist nicht in Gefahr, sondern sie bedarf immer unserer steten Sorge. Ich kann nicht sagen, wenn ich eine Topfpflanze am Balkon habe, sie ist in Gefahr, nur weil ich sie nicht gieße. Nein, sie braucht meine tägliche Pflege. Du musst mit einer Pflanze jeden Tag reden. Du musst sie jeden Tag besuchen, du musst sie jeden Tag gießen, du musst sie beschneiden, du musst immer an ihr arbeiten. Und so ist es mit der Demokratie. Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender Bestandteil der parlamentarischen Demokratie. Stört ein Mensch, so hält man ein. Es kann doch nicht so einfach sein. Hier wird gleich feiner gemacht. Wer hat sich das dacht? Über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt. Artikel 101. Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten Sitten alles zu tun, was anderen nicht schadet. Artikel 106. Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Die Förderung des Baus billiger Volkswohnung ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. Artikel 109 und 110. Die Bekämpfung von Schmutz und Schund ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden. Alle Bewohner Bayerns sind berechtigt, nach außerdeutschen Ländern auszuwandern. Wenn's nichts wird mit unserem Haus, dann wandern wir bald nach Österreich aus. Für die Bayern grüßt sich Tiron, da fühlen wir uns wohl. Wer darf nicht wissen, wer Sie sind? Mein Name ist Simone Gleischwani und ich bin hier als Präsidentin des Bayerischen Lehr- und Lehrerinnenverband. Sie sind im Wertebündnis engagiert. Was für ein Zugang! Können Sie sich noch an Ihre erste demokratische Wahl erinnern? Ja, das war die klassische Sprecherwahl. Die war richtig demokratisch. Ich durfte dann nämlich in der Grundschule schon wählen, obwohl das noch gar nicht offiziell war. Und wir setzen uns auch dafür ein als Lehrer und Lehrer, dass jetzt die politische Bildung und die Demokratie mit der Schule wieder leben kann. Ich bin Barbara Strach und ich bin die Präsidentin des Bayerischen Lehr- und Lehrer. Sie können gleich weiter applaudieren, weil Sie sind Schirmherr. Ich bin die Schirmherrin und ich will nicht nur auf dem Papier Schirmherrin sein, sondern ich möchte die lange Nacht der Demokratie miterleben. Ich erzähle Ihnen was aus dem Journalismus, der irgendwie zur Demokratie wird zu bündeln. Leda Borelik, Sie sind eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin russisch-jüdischer Herkunft. In diesem Satz steckt schon ziemlich viel. Unter anderem steckt für mich darin, dies ist eine Person, die es gelernt hat, dass es unglaublich viele Perspektiven auf unsere Welt und ihre Wirklichkeit gibt. Demokratie ist einer dieser riesengroßen Begriffe. Sie klingen groß, aber erzählen wahres. Man nimmt sie, wenn man denen das Privileg hat, in einer demokratischen Gesellschaft aufzuwachsen, hin, wie man auch die Liebe der Eltern hinnimmt. Als hätte man ein Anrecht darauf, als wäre sie eine geborgenheitsspendende Selbstverständlichkeit ohne spürbaren Wert. War es als eine Partei, bei der man darüber streiten könnte, ob sie noch als rechtspopulistisch zu bezeichnen wäre oder bereits als rechtsradikal, als drittstärkste Kraft in den Deutschen Bundestag einzog? War es als unsere Sprache nach rechts zu driften und damit zu verruhen begann, als Wortzusammenstellung wie kulturelle Schließung, Asyltourismus, Überfremdung Teil unserer Debattenkultur wurden? War es vor zwei Wochen erst, als Demonstranten in Chemnitz, die den Hitlergruß zeigten und Deutschland den deutschen Ausländer rausskandierten, von Politikern weiterhin als besorgte Bürger bezeichnet wurden? Haben sie auch manchmal Angst, Nachrichten zu lesen? Dann dachte ich eine Weile, dass es vielleicht wichtig sei, klein zu beginnen. Naiv und verträumt dachte ich, wir könnten alle in unserem Alltag etwas tun. Also achtete ich besonders darauf, jedem Menschen, den ich im Alltag begegne, in der U-Bahn, beim Bäcker, auf der Straße, mit besonders viel Achtung, mit Komplimenten und zur Schau gestellten Offenheit zu begegnen. Und das andere dachte ich sowieso, dass es so wichtig sei, wie wir unsere Kinder erziehen, dass es nicht nur um die Frage geht, welche Welt wir ihnen hinterlassen, sondern auch darum, welche Menschen wir der Welt hinterlassen. Ja, weil Demokratie, ohne die geht es einfach nicht. Man sieht ja, wie bedroht sie ist. Ja, dafür ist eine Veranstaltung Ungarier richtig, vor allem, dass es sehr viele junge Leute anzieht. Ja, weil Demokratie muss man sich immer wieder neu erkämpfen, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, vielleicht auch einfach so das Gefühl, hey, das sind viele, die sich mit Demokratie einsetzen. Ich glaube, in jeder Geschichte, die man erzählt, erzählt man auch die Geschichte von, also entweder die funktionierende oder die nicht funktionierende Geschichte von Demokratie, auch wenn ich eine Familiengeschichte erzähle. Oder eine Geschichte von Freunden ist es ja auch mal eine demokratische Geschichte letztendlich. Ich glaube, dass man bei jedem Menschen die Demokratie gefördern sollte, nicht nur bei Jugendlichen. Ich glaube, dass es so, wenn er damit zu tun hat, ein Mensch zu sein, nicht damit, in welcher Altersstufe man ist. Und man muss bei den ganz Kleinen anfangen. Und dann fängt ja auch an, wenn man bei den ganz Kleinen sagt, das musst du teilen, die Gruppenbärchen füge ich aus für dich. Das ist ja schon Demokratie. Also ich finde, wir haben gerade eine schwierige Zeit, dadurch, dass von rechts und links immer extremere Meinungen kommen, die, klar, unsere Demokratie gefährden. Weil letztendlich sollte immer das oberste Ziel von uns als Bevölkerung sein, unsere Demokratie zu schützen. Über dieses schwierige Thema, man merkt jetzt auch in der Welt und so, die Rechte tauchen auf. Es ist ja so, die Leute haben nicht so gute Stimmung, ich weiß es nicht, alle haben Angst. Und ich dachte, ich kann nicht über etwas, das ich nicht selber erfahren habe, wirklich diskutieren oder reden. Statt ich muss in mein Herz gehen eigentlich und über meine Sicht und meinen Aspekt zu reden. Aber ich merke schon, wie jetzt wieder behauptet oder thematisiert wird, welche Haut- oder Haarfarbe du hast. Und wenn nicht, dann den Akzent. Woher kommst du? Ist wieder von den ersten Fragen, die man gestellt bekommt, wenn man sich mit neuen Leuten trifft. Ich frage mich, was vor Zeiten erlebt wie gerade. Du fragst dich selbstständig, wo soll man hingehen, um ein normales Leben zu haben. Einfach, wo man sich selbst sein kann, ohne Begründung und ohne das Bedürfnis einer Anerkennung von den anderen zu brauchen. Wo du einfach als Mensch gesehen wirst. Aber ich möchte meine positive Haltung nicht aufgeben. Ich möchte immer glauben, dass auf diesem Planet jeder einen Platz hat. Einen Platz, wo er sein möchte. Ich fordere für die Demokratie, dass von nun an jedes Wahlduell, jede Bundestagsdebatte und vor allem jedes Politikerinterview von Guido Maria Kretschmer moderiert und kommentiert wird. Und ich fordere Gummischwimm-Einhörner für alle, die wählen gehen. Ich wünsche mir, dass die Parteien ab jetzt Teams heißen. Also Team Markus, Team Natascha und Team Lurina, das wäre dann der It-Couple-Name von Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, sowie Brangelina mit Brant Pitt und Angelina Jolie, aber mit Hashtags davor. Und dann will ich, dass in den Wochen vor der Wahl jeden Sonntag ein Team rausgewählt wird. Und zwar nicht per Briefwahl. Ich meine, Briefwahl geht es noch. Gibt es demnächst vielleicht ein Update auf Mittelalter 2.0 und man kann seine Stimme faxen, sondern per SMS. Und am Ende bleiben zwei Teams, die dann irgendwas Spannendes machen. Schlammcatchen oder so. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Arbeit, mit dem Open Borders Ensemble, die Demokratie stärken können? Ich hoffe, denn das Open Border Ensemble ist eine von meinen Sachen, die ich hier in Deutschland gemacht habe. Ich bin leider nicht mehr dabei. Ich bin nicht nur in München, ich bin in den Hof gezogen. Und ich habe auch da jetzt mit dem Schauspieler Lurfa das Konzept von Open Border Ensemble, oder wie auch immer es heißt, weitergebracht, weil es ist mutig in dieser Gesellschaft, egal wo das ist, egal wo wir sind, dass wir einen Raum offenen, um uns zu treffen, um uns kennenzulernen. Wir sind hier bei der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Und hier gibt es einen Stand, der heißt Gemeinsam Handeln. Und im Programmheft steht schon mal ein bisschen was dazu, dass es halt um Menschen mit Behinderung geht und darum, wie sie in einer Demokratie leben. Wofür ihr heute steht und was ihr mit diesem Stand bezwecken möchtet? Wir stehen hier für das Projekt Respekt Coach. Das ist ein Familienministerium, ein gefördertes Projekt, wo es darum geht, Demokratiebildung an Schulen zu fördern. Und wir sind hier bei der Lange Nacht, weil wir einfach ein bisschen rausfinden wollen und die Menschen auch so, was ist Heißdemokratie eigentlich und welche Werte an der Demokratie sind mir wichtig. Also wir sind hier vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Bayern. Wir setzen uns ein für ganz viele Menschen, ganz unterschiedliche Herkunft, mit unterschiedlichen Hintergründen. Und eine Gruppe, für die wir uns einsetzen, sind Menschen mit Behinderung. Es geht um Barrieren für Rollstuhlfahrer. Es geht aber ganz oft auch um Barrieren in den Köpfen. Dass man irgendwie einen Scheu hat, auf Behinderte zuzugehen, denen zu helfen und Behinderte dadurch teilweise immer noch ausgeschlossen sind und nicht die gleiche Teilhabemöglichkeiten haben wie Menschen ohne Behinderung. Und dafür setzen wir uns als Verband ein. Sie sind, du bist heute auf der Messe, beziehungsweise auf der Langen Nacht der Demokratie. Was ist für Sie denn so wichtig an der Demokratie, dass Sie sich dafür einsetzen möchten? Ja, also ich habe Politikwissenschaft studiert und für mich war Demokratie schon immer die Basis unseres politischen Systems. Und ich glaube, es ist das beste System, das wir haben können, weil alle mitbestimmen können. Und es ist sehr gleichheitliebend und gleichzeitig freiheitsliebend. Also man kann die Freiheit eines jeden haben in einer Demokratie und gleichzeitig muss man versuchen, dass alle Bürger gleichgestellt sind vor dem Gesetz. Ja, und wie setzen Sie sich dafür individuell ein? In meiner Arbeit. Ich bin Projektmanagerin im Democracy Lab vom Progressiven Zentrum. Das ist eine Denkfabrik in Berlin. Und wir kümmern uns um die Zukunft der Demokratie. Das heißt, wir schauen nach Reformen im demokratischen System und wie wir das verbessern können. Also in meiner Arbeit und in meiner Freizeit mache ich das auch, indem ich ein Ehrenamt habe bei Polis 180. Das ist auch ein Think Tank und da diskutieren wir über Europa- und Außenpolitik und versuchen, junge Menschen dazu zu motivieren, sich mehr für diese Themen zu interessieren. Ich finde es immer sehr schön, Initiativen zu unterstützen, die Leute, gerade junge Leute dazu bringen, sich mehr zu engagieren und auch sich politisch zu engagieren. Wie sieht es bei Ihnen aus mit Digitalisierung? So Fake News, falsche Informationen, quasi auf Deutsch gesagt. Haben Sie auch das Gefühl, dass das eine Gefahr darstellt, weil viele Menschen ja einfach das glauben, was im Netz steht? Das ist definitiv ein Problem in Deutschland. Fake News und Hate Speech vor allem auch. Da hinkt die Politik natürlich immer hinten dran, weil es eine ganz, ganz neue Entwicklung ist, die sehr schnell funktioniert. Und dann muss man versuchen, es zu regulieren oder Lösungen zu finden. Und die haben jetzt das Netz-DG gemacht, also das Netz-Durchsuchungsgesetz, das im Januar in Kraft getreten ist, wo zum Beispiel Facebook und Twitter Hassnachrichten wegmachen müssen. Allerdings ist es auch nur, naja, es gibt auch sehr viele Probleme mit dieser Lösung. Das heißt, so richtige Lösungen hat man noch nicht gefunden. Allerdings hat die Digitalisierung natürlich eine sehr, sehr große Auswirkung auf unsere Demokratie. Und da müssen wir schauen und gerade Entscheidungsträgerinnen müssen schauen, und dass sie da Lösungen finden. Auch da, also Jugendliche sind natürlich, die wachsen mit den digitalen Medien auf und haben natürlich einen ganz anderen Umgang damit sofort. Ich habe da keine Zweifel, dass die da kritisch mit umgehen. Auch da sind wir alle wiederum gefordert, als Eltern für unsere eigenen Kinder, natürlich auch im Schulsystem, in der Ausbildung, um die jungen Menschen und die Awareness dieser jungen Menschen zu schärfen in Bezug auf diese Themen. Und was persönlich unternehmen Sie dagegen? Ich selber unterstütze ein paar Projekte. Mein Arbeitgeber gibt mir sieben Tage im Jahr, die ich zusätzlich zum Urlaub für wohltätige Zwecke einsetzen kann. Ich unterstütze beispielsweise ein Projekt, das nennt sich Coder Dojo. Und zuletzt habe ich dort einen Programmier-spielerhaften, spielerhaften Angang zum Programmieren für die St. Ruppert Schule mit unterstützt und da mit Kindern wirklich spielerisch Programmieren geübt. Musik 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 Musik